Ok Leute, wir sehen wieder mal aus der Türkei. Sehr leckere Essen, wie immer. Türkei, beste Essen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Kokoreç oder so heißt es, glaube ich. Und Brot. Ein kleines, lecker, schmackhaftes Brot. Tut man dazwischen? Ja. Das sieht so lecker aus. Abonniert den Kanal, liked das Video, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Tschüss, Degas. Kann auch schmecken. Oha. Lecker. Besucht die noch.